zum allerletzten mal in diesem jahr heißt es heute servus jungs und mädels ich bin's und das ende ist gekommen naja nur von 2013 also das leben geht weiter voraussichtlich haben wir noch mal pech gehabt ja auch heute nur ganz kurz und knapp einfach noch mal dankeschön für 2013 ich habe wirklich viel erlebt viele videos gemacht mit tollen leuten zusammengearbeitet nette leute kennengelernt neue freunde gewonnen also zwar echt ein super super geiles jahr auch ein super geiles youtube jahr selbstverständlich aber purzlichen jetzt habe ich dich aber erwischt du kleines monster so purzlichen wahrscheinlich auch mal tschüss sagen nee also war ganz ganz toll hat super viel spaß gemacht es stehen weiterhin neue tolle projekte an einige sind ja leider immer noch nicht ganz fertiggestellt und let's play und so eine kurze haben wir irgendwie immer noch nicht so richtig zeit gefunden aber auf jeden fall geht es 2014 munter weiter und ich will eigentlich in diesem video auch nur ganz kurz euch ein ganz ganz tollen rutsch ins neue jahr wünschen kommt gut rein feiert ordentlich trinkt ordentlich was nur nicht zu viel ihr wisst ja böller und alkohol stung also passt gut auf euch auf aber habt eine ganz tolle feier heute abend und ja wir hören uns auf jeden fall 2014 wieder darauf könnt ihr euch verlassen und damit klinge ich mir für dieses jahr aus macht's gut und bis bald euer ombre und puzzelchen euer ombre euer ombre 2 5 ich ja ich